Bei der Daimler AG können die Mitarbeiter die Cent-Beträge ihres monatlichen Gehalts spenden. Und damit sich der Einsatz wirklich lohnt, verdoppelt das Unternehmen den jeweils gespendeten Betrag. Das ist pro Cent. Die Idee zum Procent-Förderfonds hatte der Gesamtbetriebsrat. Und sie ist ganz einfach. Schnelle und unbürokratische Hilfe leisten, dort wo sie dringend benötigt wird. Durchschnittlich kommen so mehr als eine Million Euro pro Jahr zusammen. Und es können über 200 Projekte gefördert werden. Procent sammelt aber nicht einfach nur Geld. Es sind die Beschäftigten selbst, die vorschlagen, welche gemeinnützigen und karitativen Projekte unterstützt werden sollen. Im Fokus stehen dabei Projekte für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Behinderung, im Umweltschutz, der Entwicklungszusammenarbeit und im karitativen Bereich. Egal ob gleich neben dem Werkstor, in der Region oder weltweit. Die große Mehrheit der Daimler Mitarbeiter beteiligt sich an Procent. Darüber hinaus sind viele ehrenamtlich tätig. Und das Unternehmen unterstützt das Engagement seiner Beschäftigten. Denn alle wissen, ihre Hilfe kommt an. Ganz klar, wir wollen mehr. Noch mehr Mitarbeiter, die uns unterstützen. Noch mehr Vorschläge für förderungsfähige Projekte, um gezielt und effektiv helfen zu können. Kleiner Beitrag. Große Wirkung. Daimler Procent. Wir bewegen was. Daimler Procent. Ich wünsche euch für eine perhapse Branche.